Hallo und grüß Gott hier in Töpen, hier vor unserer St. Martinskirche. Von deren magrechtlichen Charmen können Sie sich gleich selbst ein Bild machen. Seit gut 700 Jahren kommen Menschen hierher, feiern Gottesdienste, begehen ihre Lebensfeste, suchen das Gespräch mit Gott, beten, sagen Danke, bringen Trauer, Leid und Sorgen mit, ihre Freude und ihre Bitten. Die Macht des Gesprächs haben Menschen hier vor gut 30 Jahren selbst hautnah erlebt. Die alte innerdeutsche Grenze, die Mauer, fiel auch unter dem Eindruck der Leipziger und Blauener Friedensgebete. Das ehemals geteilte Dorf Möttlerreuth ist Teil unseres Gemeindegebiets. Menschen fielen sich damals in die Arme, die Freude war groß, die haben gejubelt und das Leben war auf einmal ganz anders. Auch die Macht des Gebets. Ums Gebet soll es auch heute im Gottesdienst gehen. Und was ein Känguru und ein Hammer damit zu tun haben, das erfahren Sie nachher in der Predigt. Also, hallo und grüß Gott in Töpen, gleich in unserer St. Martinskirche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Gottes des ZDF für funk, 2017 Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in unserer Töpener St. Martinskirche. Schön, dass Sie, dass ihr da seid, hinter den Kameras, an den Bildschirmen und hier vor Ort. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft und seine Güte nicht von mir wendet, heißt im Psalm 66. Das ist unser Wochenspruch. Hohe Erwartungen, große Hoffnungen, die auf das Gebet gesetzt werden. Kann das Gebet diese Hoffnungen und Erwartungen erfüllen? Welche Erfahrungen verbinden wir damit? Darum wird es heute in der Predigt gehen. Und natürlich wollen wir auch beten, gerade am heutigen Sonntag, denn wir feiern Rugate. Betet und Gott, Gott ist dabei, wenn wir das jetzt tun. Gemeinsam singen, hören und beten. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Der Herr ist auferstanden! Halleluja! Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Mit Ehre und Schmuck hat ihn Gott gegrünet, Halleluja! Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir feiern Gottesdienst. Hin und her gerissen zwischen dem, was wir wollen, und dem, was wir zu Wege bringen, sind wir hier. Wir wollen mit Gott reden und finden nicht die rechten Worte. Wir wollen zu Gott beten und finden nicht die rechte Zeit. Wir wollen uns Gott anvertrauen, allein uns fehlt das Vertrauen. Wir wollen uns anderen zuwenden und bleiben doch mit uns selbst befasst. Mit all dem kommen wir zu und vor Gott und bitten, Gott sei mir Sünder gnädig. Kyrie eleison Christ eleison Kyrie eleison Und Gott erbarmt sich über uns, jeden Tag neu. So spricht Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf den Weg, den du gehst. Amen Ihr seid Gott in der Höhe Amen. 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 Lasst uns beten. Gott, Vater und Mutter, dich rufen wir an, wir sehnen uns nach dir. Gib uns den Mut zu warten, die Kraft zu drängen und dann bring deinen Frieden und deine Freude durch uns in die Welt. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Freund und Bruder. Amen. Die Lösung für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im elften Kapitel. Es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns unser täglich Brot, Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird und führe uns nicht in Versuchung. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm. Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er drinnen würde antworten und sprechen. Mach mir keine Unruhe, die Tür schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt und wer da sucht, der findet und wer da anklopft, dem wird Angst getan werden. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und der gibt ihm stattdessen Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Amen. Lass uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 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 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und der Friede Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ding Dong, es klingelt. Ich gehe zur Tür und stehe einem Känguru gegenüber. Ich blinze. Gucke hinter mich, schaue die Treppe runter, dann die Treppe rauf, gucke geradeaus. Das Känguru ist immer noch da. Hallo, sagt das Känguru. Ohne den Kopf zu bewegen, gucke ich nochmal nach links, nach rechts auf die Uhr und zum Schluss auf das Känguru. Hallo, sage ich. Ich bin gerade gegenüber eingezogen, wollte mir Eierkuchen backen und da ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, Eier einzukaufen. Ich nicke, gehe in die Küche, hole Eier, bringe sie dem Känguru. Vielen lieben Dank, sagt das Känguru und steckt die Eier in seinen Beutel. Ich nicke und es verschwindet hinter der gegenüberliegenden Wohnungstür. Mit meinem linken Zeigefinger tippe ich mir an die Stirn, mehrmals an die Nasenspitze und schließe die Tür. Bald darauf klingelt es wieder. Sofort reiße ich die Tür auf, denn ich stehe immer noch dahinter. Oh, sagt das Känguru überrascht. Das ging aber schnell. Äh, gerade ist mir aufgefallen, dass ich auch gar kein Salz habe. Ich nicke, gehe in die Küche und komme mit dem Salzstreuer wieder. Vielen Dank, wenn Sie vielleicht noch ein wenig Milch und Mehl hätten. Ich nicke und gehe in die Küche. Das Känguru nimmt alles, bedankt sich und geht. Zwei Minuten später klingelt es wieder. Ich öffne und halte dem Känguru Pfanne und Öl hin. Danke, sagt das Känguru. Gut mitgedacht. Wenn Sie vielleicht noch einen Schneebessen hätten oder ein Rührgerät. Ich nicke und gehe los. Und vielleicht einen Schüssel zum Mixen, ruft mir das Känguru hinterher. So beginnen die Kängurukroniken. Die Geschichten des Kleinkünstlers Marc-Uwe, vor dessen Tür ein hungriges Känguru steht. Das Känguru hat übrigens auch keinen Herd. Der Kleinkünstler bittet es in seine Küche. Er stellt sich ungeschickt beim Kochen an. Der Kleinkünstler kocht. Es fragt nach einer Füllung für das Omelett. Marc-Uwe geht Hackfleisch einkaufen. Wenige Minuten später ist das Känguru bei seinem Nachbarn eingezogen. Und wird auch nicht mehr gehen. Dreistigkeit siegt, haben Sie sich vielleicht gedacht. Oder warum lässt er das dann mit sich machen? Oder unverschämt. Manchen Menschen geht es so mit einem Bittgebet. Darf ich überhaupt für mich bitten? Ist das nicht egoistisch? Und bringt es überhaupt was? Die erste Erzählung Jesu von dem bittenden Freund gibt darauf Antwort. Und die Geschichte erzählt klipp und klar, Gebet wird erhört. Man kann sich die Szene richtig plastisch vorstellen. Es ist tief in der Nacht. Vor einer Lehmhütte sieht man ein kleines Öllämpchen auflackern. Ein Mensch steht vor der Tür, klopft vorsichtig an. Man hört aufgeregtes Flüstern, Wortfetzen. Nur drei Brote, drei Fladenbrote, mehr nicht. Morgen besorge ich dir neue. Jetzt lass mich doch nicht hängen. Das weiß ich auch, dass die Kinder im Bett liegen. Aber es ist eine Notlage. Bist du nun mein Freund oder nicht? So oder so ähnlich kann man sich das drängen oder wie es im Text heißt, die respektlose Unverschämlichkeit jenes Störenfrieds ausmalen. Er lässt sich nocker, lässt sich nicht abwimmeln. Da nützt auch aller ärgerlicher Protest aus dem Inneren der Hütte gar nichts. Und irgendwann ist es dann soweit. Man hört lautes Knarren und Poltern, als der Sicherheitsbalken der Tür aus dem Riegel geschoben wird. Man sieht ein verschlafenes und sehr, sehr mürrisches Gesicht im Schein der Öllampe. Drei Brote wechseln den Besitzer und dann zieht der Plagegeist sehr schnell und sehr zufrieden davon. Er hat sein Ziel erreicht. Und so soll es auch mit dem Gebet funktionieren. Kleine Kinder stellen sich die Beziehung zu Gott häufig noch so vor. Lieber Gott, bitte mach, dass ich eine neue Playstation bekomme zu Weihnachten. Und irgendwann kommt dann die Entzauberung. Wir merken, nicht jede Gebete wird erhört. Gott ist kein Erfüllungsautomat für unsere Wünsche. Manche Ereignisse führen dazu, dass Menschen, ganz besonders Menschen, die Schlimmes erlebt haben, Gott als dunkel, als völlig unnahbar ansehen. Ja, da wirkt es ihnen gar unwahrscheinlich, dass es überhaupt einen Gott gibt. Es ist zynisch, an einen Gott zu glauben, der Bitten erhört. Was bewirkt schon Gebet, wenn Raketen fliegen, wenn mein Lebenspartner nach langer Krankheit stirbt, ich mit meinen Zielen trotz aller Bemühungen krachend scheitere immer wieder. Warum also noch beten? Der französische Philosoph Jacques Derrida, eigentlich ein Atheist, jemand, der nicht an Gott glaubt, wurde mal gefragt, beten Sie? Seine überraschende Antwort, ich bete andauernd. Auch jetzt, jetzt, wo ich hier sitze und mit Ihnen spreche. Die nächste Frage an Jacques Derrida war, Professor Derrida, Sie haben doch in der Vergangenheit Ihren Lesern immer wieder zu verstehen gegeben, dass Sie nicht an Gott glauben. Was meinen Sie denn mit, ich bete andauernd? Zu wem oder zu was beten Sie denn? Seine Antwort, wenn ich bete, dann rufe ich in den Abgrund hinein. Beten ist ein Ruf und man ruft ja nicht, wenn jemand da ist. Man ruft nur, wenn jemand fort ist oder weit weg. Beten bedeutet jemanden rufen, der nicht in der Nähe ist. Ein Ruf ins Unbekannte. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da suchet, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und wie viel mehr wird der himmlische Vater denen, die ihn um den Heiligen Geist bitten, ihnen den geben. Gott ist im Gebet um den Heiligen Geist schon enthalten. In dem Gebet, das so unbedingt erhört wird. In dem Gebet, das Lebendigkeit bringt. Weil es um Lebendigkeit, um Lebensmöglichkeit ringt. Wie die Erzählung Jesu. Brot will der Freund, um die Pflicht seiner Gastfreundschaft zu erfüllen. Aber vor allem, um Hunger zu stillen. Fisch und Ei wird der Vater oder die Mutter den Kindern geben. Lebensnotwendige Nahrung. Und nichts Giftiges, lebensfeindliches, wie eine Schlange oder einen Skorpion. Der Gott aus den Erzählungen Jesu ist Vater und Freund. Ist Bro und Caring Mom. Ist der Gott, der Leben will und darum auch Leben schenkt. Bitte ich um den Heiligen Geist, wie es in der Sprache der Bibel heißt. Dann sortiere ich mich neu. Justiere mein Mindset. Richte mich aus, innerlich aus, zu denken und zu tun und zu leben, was dem Leben dient. Meinen, wie das Fisch und wie das Ei. Dem Leben anderer, wie die drei Brote für den nächtlich unerwartet angereisten Freund. Vielleicht sind jetzt manche skeptisch. Aus Erfahrung. Mit klugen Gedanken, die sie sich gemacht haben. Vielleicht einer Depression, aus der es keinen Ausweg gab, die immer wieder kam. Oder noch anderen. Erfahrungen, die verzweifelt machen und auch wütend. Ich stelle eine Erzählung daneben. Der Kommunikationsforscher Paul Watzlewick erzählt mal folgende Geschichte. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, das Bild hat er, aber der Hammer ist futsch. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn sich auszuborgen. Doch da kommen ihm Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen möchte? Gestern, da grüßte er schon nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Vielleicht hat er was gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts getan. Der bildet sich da etwas ein. Und wenn mir jemand von seinem Werkzeug beugen wollte, ich gäbe es ihm ja sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einen Mitmenschen einfach so keinen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl, die vergiften doch das Leben. Und dann bildet er sich noch ein. Ich sei auf ihn angewiesen. Bloß, weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht es mir aber wirklich. Und so stürmt er los. Läutet gegenüber beim Nachbarn, der öffnet. Noch bevor der Nachbar guten Tag sagt, schreit ihm der Mann, der den Hammer sucht, entgegen. Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rübel. Lieber den Versuch wagen. Sich aufs Gespräch mit Gott einlassen. Bittend etwas erwarten. Ruhen, in die Tiefe, ins Unbekannte hineinrufen. Fragen und suchen. Auch dort, wo die Lehre sich in unserem Leben bereit gemacht hat. Dazu lädt die Geschichte vom bittenden Freund ein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Und bestimmt gibt es viele Möglichkeiten dazwischen. Aber ich halte es beim Beten lieber wie dieses Känguru am Anfang, statt wie der Nachbar. Aufdringlich bis hinten gegen. Unverschämt. Ums Leben, ums richtige Leben ringend. Gebet als Holzhammer-Methode sozusagen. Denn es geht dabei um was. Es geht darum, festzuhalten an der Hoffnung, noch etwas von Gott zu erwarten. Beten ist ein Ruf. Ein Ruf zum, ein Ruf ins Leben rein. Ein Ruf nach Lebendigkeit. Nach einer neuen, einer anderen Wirklichkeit. Wer noch betet, der macht das Ja größer als das Nein. Der hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass da jemand ist, der hört, der mitgeht, der aufmacht. In dieser Hinsicht möchte ich bei Gott trotz allem Sturm läuten für mich und für andere. Denn Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle ein Dank an alle, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt, ihn mitgestaltet haben. vor und vor allem auch hinter den Kameras und Mikrofonen und Ihnen für Ihr Interesse. Viele Menschen sind an so einem TVO-Gottesdienst beteiligt. Solche Aufnahmen sind aufwendig und kostspielig. Darum bitten wir um Ihre Spende. Hier in der Kirche an den Ausgängen und unten im Bild sehen Sie die Homepage der Seelsorgestiftung Oberfranken eingeblendet. Dort können Sie online spenden oder sich die Daten für eine Überweisung suchen. Auch Ihr Pfarramt vor Ort nimmt gerne Barspenden entgegen und leitet Sie über die Seelsorgestiftung weiter. Wir feiern gemeinsam Gottesdienst an unterschiedlichen Orten. Hier bei uns in der St. Martinskirche, Sie bei sich daheim. Gemeinsam tragen wir das Evangelium in die Welt hinaus. Dafür bitten wir auch um Ihre Spende. Gott segne Sie dafür. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 Lasst uns beten. Alles, was uns im Leben bewegt, dürfen wir vor dich bringen, Gott. Du hörst uns und erhörst uns. Oft anders, als wir es uns wünschen. Und doch findest du Wege, die wir gehen können. Wir danken dir, dass wir uns dir anvertrauen dürfen. Wir bitten dich für alle Menschen, Gott, die verlernt haben zu beten, weil sie das Vertrauen in dich und ihren Glauben verloren haben. Gemeinsam beten wir, sende deinen Geist, sende deinen Geist. Wir bitten dich für alle Menschen, Gott, die nicht dankbar sein können, weil sie nur auf das blicken, was sie nicht haben und was nicht in Ordnung ist in ihrem Leben. Wir bitten dich, sende deinen Geist. Wir bitten dich für alle, Gott, die zu stolz sind, um etwas zu bitten, weil sie meinen, alles aus eigener Kraft leisten zu müssen. Wir bitten dich, sende deinen Geist. Wir bitten dich für alle, Gott, die Stille nicht vertragen, die weder in sich hinein noch auf dich in der Stille hören können. Gemeinsam bitten wir, sende deinen Geist. Wir bitten dich für alle, Gott, die sie erst nicht wagen, die ihr Leid zu klagen, weil sie meinen, es gehöre sich nicht, weil sie sich für ihr Leid schämen oder keine Hoffnung haben. Wir bitten dich, sende deinen Geist. Wir bitten dich für alle, Gott, die der Kraft des Gebets nicht zutrauen, weil sie das Gefühl haben, nicht erhört worden zu sein. Wir bitten dich, sende deinen Geist. Wir danken dir für alle Menschen, Gott, die für uns beten, mit denen wir über die Welt im Gebet verbunden sind. Lass uns aus der Kraft des Gebets und durch unser Vertrauen in dich glauben, lieben und hoffen. Das bitten wir durch Jesus, den Christus, der uns vorlebte, zu dir als Abba, den lieben Vater, zu beten. Das wollen wir jetzt tun. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Amen, Amen, du bist nicht allein. Amen, 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 es wird sein, ihr seid. Amen. 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 Der Herr sei mit euch, geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Der Herr erhebe sein Angesicht. 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 Der Herr erhebe sein Angesicht.